Ich jetzt mit einem hat es die Runde noch reißt, das wäre es jetzt halt echt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Video auf meinem Kanal. Heute mal ein Ausschnitt aus dem Stream vom 12. Februar. Und zwar eine Runde Skywars, wo ultra geil war. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Stream-Ausschnitt. So, wenn ich früher jetzt das Starter-Kit gekriegt habe, weil mit dem MLG-Kit hätte ich halt einfach mal gar nichts anfangen können jetzt. So hätte ich wenigstens im Notfall schon mal eins schwert. So. Ich weiß nicht, ist das besser als Kette? Ich glaube schon. Shit. Bau dich doch jetzt nicht nach oben, Junge. Ohne Witz, dann gehe ich jetzt hier unten in meine Höhle rein, wenn du dich nach oben baust. What? Als ob ich den jetzt bekommen habe. WTF? Ich habe mit einem Herzen überlebt. WTF, Leute? Shit, Alter, ich habe halt nur ein halbes Herz. Was mache ich denn jetzt am blödsten? Weil ich habe auch nichts zu essen. Ich glaube, ich gehe mal auf die Nachbarinsel rüber. Zu meinem Friend, der gerade da war. Hast du schon mal mit anderen YouTubern gespielt? Wenn ja, mit welchen? Also, meinst du jetzt großen YouTuber oder so in meiner Größe? Weil in meiner Größe habe ich schon mit einigen gespielt. Viele haben zwar mittlerweile auch mit YouTube aufgehört, was ich ultra schade finde. Aber, naja, kann man nichts ändern. Oh, hier wird es doch irgendwo was zu essen geben. Alter, ich bin so gut wie tot. Shit, hier gibt es halt einfach nirgends wo was zu essen. Oh, ich bin halt One-Hit. Leute, was macht man in so einer Situation? Da blödsinn die Mitte porten, oder? Aber hier sind natürlich die Truhen auch alle leer. Ich will doch nur was zu essen haben. Scheiße, jetzt hocke ich hier in der Mitte auch noch fest. Vier Spieler. Ja, moin, die sind gerade alle... Ja, gut, das ist nur noch der eine. Und den haue ich jetzt mit Schneebellen runter. Ohne Witz. Bin ich jetzt mit einem Herz die Runde noch reißen? Das wäre es jetzt halt echt. Oh, shit, jetzt baut er sich halt so blöd. Ja, was? Als ob der jetzt runtergefallen ist, WTF? Leute, ich habe die Runde gewonnen. Mit einem Herzen. Boah, ist das ärgerlich für ihn. Alter, Leute, GG. So, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich selber positives Feedback freuen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Und vergesst nicht, am 23. Februar wird mein 6-Stunden-Live-Stream stattfinden. Wäre mega nice, wenn ihr da am Start werdet. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao. Ciao.